Guten Tag, sehr geehrter Herr Freisinger. Danke für Ihre Teilnahme beim 10-Fragen-Interview von Araro. Jugendliche haben für Sie folgende Fragen vorbereitet. Ich bin der Master Ademay und ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Also, in den Städten Brick und Fisb wird eine höhere Population prognostiziert. In den meisten nändlichen Regionen, zum Beispiel Goms, gehen die Einwohnerzahlen aber zurück. Finden Sie diese Entwicklung positiv? Also, das ist nicht positiv, nein. Weil die Randregionen sind immer mehr unter Druck und in Gefahr. Die Ballungszentren werden grässer. Das Problem, das wir im Wald haben, ist, dass eine Verstätzung des Haupttals ansteht und die Randregionen, die Seitentäler, sind entvölkrend. Was kann man dagegen machen? Wir müssen unbedingt Projekte in den Weg leiten, die die Randregionen wieder auf Vordermann bringen. Zum Beispiel, ich bin jetzt dahinter in meinem Departement mit dem nordischen Meersportzentrum im Obergoms. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, das könnte eine gewisse Wirkung haben. Nachher versuchen wir in Gletsch, über ein Hotel von der Regierung aus, über ein Hotel versuchen, wieder zu modernisieren, damit vielleicht in dieser Region eine wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Die ganze Sache mit dem Grimseltunnel, auch mit der Schmalspurbahn, ist eine Lösung. Wir müssen schauen, dass die Randregionen sich öffnend zur Aussenwelt und dass sie irgendwie attraktiv sind mit Arbeitsplätzen. Und das ist einfach nicht immer so leicht, von einem Tag auf den anderen zu verwirklichen. Ich heisse Laura Schachtner. Die Migration ist seit 2012 deutlich gestiegen. Die Flüchtlingswelle hat auch unseren Kanton erreicht. Ist die Walliser Wirtschaft aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen in Gefahr? Ja nein, dass die Wirtschaft in Gefahr ist, wäre ich übertrieben. Aber es ist natürlich schon Druck auf unsere Finanzen. Wir müssen schon sehen, es kostet nur die Wohnungen, die wir mieten müssen für Migranten, sind 650 Euro pro Monat. Das ganze Asylwesen kostet direkte und indirekte Kosten, Bund, Gemeinden und Kantone zusammengerechnet, über 4 Milliarden. Das sind 2,2 Milliarden auf Bundesebene, nur die direkten Kosten. Das ist eine riesige Industrie geworden. Da müssen wir schon schauen, dass wir irgendwie einschränken. Immigration ist gut, die Leute haben sich immer bewegt, aber wir müssen eben einen Rahmen abstecken. Wir müssen das so gestalten, dass sei es finanziell, sei es sozial, sei es auf dem Arbeitsmarkt, dass das irgendwie verkraftbar ist. Wir sind ein kleines Land, wir haben Infrastrukturen, die wahrscheinlich für 7 Millionen ungefähr ausgerichtet sind. Und wir werden jetzt mehr als 8 Millionen mit dem bedienen müssen. Wo ist die Obergrenze? 9 Millionen, 10 Millionen und wie verkraften wir das alles? Das sind riesige Fragen, die man sich auf der einen Seite stellen muss. Beschränkt man die Baumasse? Durch Raumplanungsgesetze, Lex Weber und so weiter wird das ständig eingeschränkt. Aber wenn da 70 bis 80'000, nie wie ich, kommen die jedes Jahr. Dann müssen wir sowohl Häuser, Bäuer, Spitäler, Schulen und so weiter. Die ganze Frage ist, auf diesem kleinen Räum, wie viel verträgt es, dass die Lebensqualität nicht völlig im Eimer ist. Und diese Frage müssen wir sich auch stellen. Ich heisse Svenja Jordan und möchte Ihnen jetzt eine Frage stellen. Der Wolf war auch im letzten Jahr immer wieder in den Medien vertreten. Sind Sie der Meinung, dass er eine Bedrohung für die Wolliser Viehwirtschaft darstellt? Ja, also für die Besitzer von Schwarzenaschenschaf oder die Sasermutte oder was auch immer, ist das eine klare Bedrohung. Das müssen wir eintetig sehen. Und wir haben ja schon eine schwächelnde Bergwirtschaft. Die wird dadurch nur noch stärker geschwächt. Und wenn man sieht, was das Theater kostet, dann stellt man sich wirklich die Frage, dass nicht Verhältnis Blödsinn ist. Der Wolf ist keine gefährdete Art. Es gibt Wölfe auf der Welt, gibt es 100'000. Also von dem, das Problem ist es nicht. Wenn es nur eine geschützte Art wäre, wenn es nur eine gefährdete Art wäre, können Sie es ja nur verstehen. Aber das ist ja nicht der Fall. Und jetzt in diesem dicht besiedelten Gebiet, wenn man weiss, dass ein Wolf pro Nacht 100 bis 150 Kilometer laufen kann, und er reisst dann nicht nur ein Schaft, er reisst gerade 30 auf ein Tatsch. Ja, das müsste jetzt wirklich sein. Also ich bin der Meinung, nein, das bräuchte es jetzt wirklich nicht. Mein Name ist Luis Schantun und ich habe folgende Frage für Sie. Wir sind der Meinung, dass es im Oberwallis zu wenig Freizeitaktivitäten hat und diese zu immens hohen Preisen. Würden Sie bezüglich dieser Problematik etwas unternehmen? Ja, unternein ist immer gut, unternein schon. Aber die Analyse ist vielleicht nicht unbedingt richtig. Also Freizeitaktivitäten gibt es sehr viele und werden hauptsächlich von den Gemeinden organisiert. Zum Beispiel die Parks, die Skateparks und so weiter und so fort. Vom Kanton aus tun ich über den Delegierten, über die Jugend sehr viele Projekte finanzieren. Wir finanzieren spezifische Projekte, aber die Hauptunterstützung kommt vom Sportfonds, wo ungefähr 4 Millionen ausgeschüttet werden, für Infrastrukturen teilweise, aber auch für den Normalbetrieb von Sportorganisationen und Sportvereinen. Das bedeutet, dass wir besonders ausschüttet werden, wenn für junge Menschen etwas gemacht wird. Also wir schauen, wie viele Junioren werden da ausgebildet, im Badminton oder Fussball oder was auch immer und dann zahlen wir dementsprechend. Ich glaube, die Dynamik im Wallis für Freizeitbeschäftigung ist sehr gross, durch die Kulturvereine schon mal, über den Sportfonds eben durch die Sportvereine. Und dann sind die Gemeinden sehr stark gefragt, der Kanton ist dann nur subsidiär. Dass man schaut, dass das Angebot für die jungen Menschen so billig wie möglich ist, ist auch gut. Aber ich glaube, da sind wir nicht so schlecht drin. Also da würde ich jetzt dem Kanton einen guten Punkt geben. Mein Name ist Michael Zuber und ich habe eine folgende Frage an Sie. In den Walliser Städten ist eine grosse Bevölkerungszunahme zu verzeichnen. Jedoch hat sich im öffentlichen Verkehr wenig geändert. Sehen Sie eine Veränderung in diesem Bereich vor? Also ich spreche jetzt eher zu Oberwollis an, weil im Unterwollis ist ja die Autobahn, aber eben das ist das heutige Problem, ist doch ganz klar. Das heutige Problem ist die Autobahn. Wenn die gebühlt wäre, hätten wir doch die Engpässe in Fisch benommen und so weiter. Das ist die Gretchenfrage. Sonst die Feinmechanik im Strassenbetrieb, die ist mehr oder weniger unter Kontrolle. Ich sehe, dass die Seite unten, es läuft eigentlich relativ gut. Aber eben ohne Autobahn gibt es einfach immer wieder den Stall, hauptsächlich da in Fisch. Aber das ist ja vorgesehen. Also in den nächsten, würde ich sagen, zehn Jahre, sollte die Autobahn endlich einmal fertig sein. Und ich habe jetzt ganz oberwollis jubelt. Und für mich ist es einfacher, von Seitenaufbring zu fahren. Ich heisse Olivia Marienfeld und ich möchte Ihnen folgende Fragen stellen. Immer mehr Absolventen und Absolventen der obligatorischen Schulzeit möchten sich weiterbilden lassen. Hierfür stehen Ihnen Universitäten und Fachhochschulen zur Verfügung. Sind Sie unserer Meinung, dass die Kapazitäten vollkommen ausgeschöpft sind und wir in diesen Bereich weiter investieren sollten? Ja, in die Bildung muss unbedingt investiert werden. Die Kapazitäten sind nicht ausgeschöpft aus dem Grund, weil wir keine Nummer aus Klausus haben. Also das ist ja das Güte am Schweizer System, muss ich schon sagen. Jeder kann, ich bin der Sohn vom Einfachen, bin ich jetzt gewesen. Und mit meinen Brüdern und Schwestern, als sie drei von vier sind, an die Uni gegangen und haben Universitätsabschluss gemacht. Also das zeigt, dass das Schweizer System sehr durchlässig ist. Das ist gut. Was im Wallis selber als Angebot ausgebüft werden kann, das haben wir uns gebüftet, schon sehr stark. Es gibt sehr viele Studienrichtungen, Fachhochschulen, höhere Fachschulen, die Berufsmatura und sehr viele Passerellen. Also wir haben geliebt, dass das System ein grosses Angebot ausbüftet und dass der Übergang von einem zum anderen erleichtert wird, also die Passerellen. Durchlässigkeit und grosses Angebot. Es kostet natürlich etwas, aber jeder junge Walliser findet in diesem System irgendwo seinen Platz. Also es wird jeder aufgefangen. Es ist nicht möglich, dass der eine nicht gerade eine Lösung findet, die für ihn angepasst ist. Simon Tanas, mein Name, ich möchte euch folgende Frage stellen. Ask.fm, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook sind soziale Netzwerke. Auf diesen teilen wir und posten wir Bilder, suchen Profile von Freunden und kommunizieren miteinander. Wie stehen Sie zu solchen sozialen Netzwerken? Also die sind nicht mehr wegzuteichen aus der modernen Welt. Der Vorteil ist, dass man mit sehr vielen Leuten in Kontakt treten kann, die man früher nicht hätte kennen. Der Nachteil sind die Gefahren. Also es gibt da das Sex-Thing oder was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele Gefahren auch auf diesem Bereich. Es gibt da so gewisse Pedophile, die oben das Internet eben sich an die jungen Menschen dranschleichen. Da müssen wir vorsichtig sein. Wir haben eine Schule auch in der Prävention in dieser Hinsicht. Wir machen das. Ich würde jetzt das Internet aber nicht zu früh die Fächerin in der Schule zum Obligatorium erklären. Zu früh, weil die Menschen sollen zum ersten Mal lernen, ihr eigenes Hirn zu bräuchern. Bevor das über technische Hilfsmittel irgendwie doch manipuliert werden. Zuerst müsst ihr mal selber lehren, ein gutes Bücher nehmen und selber mal lesen. Selber lehren lesen, selber lehren deichen, selber lehren analysieren, kritische Geist entwickeln. Und nachher kannst du dann in die Welt, in die Informatikwelt eintreten, wo natürlich mit sehr vielen Fällen vollgespickt ist. Aber wenn du einen guten, gesunden Menschenverstand hast und dein Denkvermögen gut entwickelt hast, dann kannst du dem auch wieder stehen. Aber da muss man aufpassen, dass man das Mittel nicht mit dem Inhalt verwechselt. Die modernen Medien, Instagram, Snapchat und was auch immer, sind Mittel. Mittel zum Zweck, der Zweck, der Sinn des Lebens ist ein anderer. Und den Inhalt muss man selber festlegen und sich nicht aufdrängen lassen von irgendwelchen indirekten technischen Möglichkeiten. Und von daher würde ich sagen, eine positive Entwicklung an sich, aber mit Vorsicht zu geniessen. Mein Name ist Alessandro Marucci. Ich habe eine Frage an Sie. Das Leben in der Schweiz wird teurer. Wird diese über die Augenwahn ein Ende haben? Ja, das ist ein Tierland, das stimmt. Die Analyse ist richtig. Aber die Entwicklung wird sich wahrscheinlich nicht ändern, weil wir sind ein Hochlohnland. Und es geht es einfach, ich muss es so sagen, besser als vielen Ländern um mich herum. Und dann haben wir sie wie ein Hochpreis und eine Hochlohninsel. Und das ist natürlich verbunden. Es geht nicht ohnehin das andere. Ob man das jetzt kann senken, wie ein guter Schweizer Franken, der ist natürlich gewissen Schwankungen im Finanzbereich unterworfen. Das ist fluktuierend. Dass der starken Franken möglicherweise ein bisschen schwächer wird, heicht von gewissen globalen Entwicklungen ab. Das kann man nicht unbedingt gerade vor uns gesehen. Aber wir werden wahrscheinlich, solange die eisige Wirtschaft gesund ist, solange die eisige Menschen arbeitslos sind, dass wir ein hohes Bruttosozialprodukt haben, werden die Preise hoch sein, weil die Löhne hoch sind. Also dagegen lasse ich möglicherweise nicht viel machen. Hallo, ich bin Letizia Lagut. Die meisten Absolventen und Absolventinnen in den USA machen weiterführende Schulen. Sterben die anverklären Berufe aus? Das kann man nicht sagen. Wir haben am meisten Lehrlinge pro Kopf in der ganzen Schweiz. Das ist das Wollnis. Wir sind also sehr, sehr gut im Bereich der Berufsbildung. Von daher sterben die nicht uns. Es gibt gewisse Prüfe, die wir haben. Also man sieht in den technischen Prüfen gibt es plötzlich einen Mangel. Aber global gesehen haben wir keinen Mangel. Es ist nur, dass es sich verschoben hat zum Beispiel auf soziale Prüfe oder so weiterführende oder auf die Gesundheit und dass man dann rein handwerklichen dadurch einen gewissen Mangel hat. Aber global stimmt die Zahl. Und es ist auch nicht so, dass jetzt viel mehr studieren gehen können. Klar, haben wir auch Möglichkeiten jetzt über die Berufsfachschule, die Matura und so weiter. und die Fachhochschule und so weiter. Aber bei der Gymnasie hat man gemerkt, man musste auch Gegenwirkung geben, weil plötzlich weniger Gymnasierasten waren. Das können wir jetzt wieder regulieren. Und ich hoffe, dass wir wieder in 20 Prozent dran kommen können. Denn das kann es ja auch nicht sein, dass wir dann plötzlich keine Akademiker mehr ausbilden. Das wäre eine neue Fehlentwicklung. Mir geht es effektiv darum, als Departementsvorsteher, dass das Gleichgewicht hergestellt wird zwischen den verschiedenen Richtungen und dass keine Richtung die andere einfach auffrisst. Das ist für mich wichtig. Und ich begrüsse euch, die weltschische Schülerin, die das sehr gut zu Deutsch redet und scheinbar aus dem Unterwahl ist in der Sommerwahl gezogen für ein 1.2 Jahre. Bravo, das kann ich nur gratulieren. Mein Name ist Nina Gsporner und ich möchte Ihnen folgende Fragen stellen. Genual ist der Traditionen und Bräuche mehr und mehr verloren. Ja, das ist leider so. Es ist wahrscheinlich eine Gesellschaftsentwicklung, in der sehr viel im Fernsehen mit dem reichen Angebot, das man direkt ins Haus geliefert hat, über Internet, Computer, Fernsehen und so weiter. Die Menschen haben sich eher zurückgezogen in die Privatsphäre und gehen weniger. So ein Wochenende im Chor zu singen oder in der Blasenmusik und so weiter. Die Bestände gehen zurück, das ist klar. Im sportlichen Bereich verhält es noch gut, aber es stimmt, durch die Globalisierung sind so traditionelle Ausdrucksorte wie volkstümlicher Tanz, Kostüme, ich weiss auch nicht, Blasenmusik und so haben tendenzmässig ein bisschen mehr Mie. Kann man dem entgegenwirken? Ja, man kann. Indem, dass die Eltern zuerst einmal gefragt sind, auch in der Jura und so weiter, dass man da Unterstützung gibt, auch im kulturellen Bereich. Man muss es hoch wertschätzen, weil das ist schon ein Teil von eurer Geschichte und auch ein Teil von eurer Identität. Wenn das völlig verloren geht, finde ich das schade. Also man muss schon an diesen Traditionen und den Brüchstum festhalten. Und das Besondere, weil es auch eine Tourismusattraktivität ist. Ich meine, nehmen wir nur schon die Kampfkühe oder so, das hat einen grossen touristischen Mehrwert. Das Image vom Wallis ist dadurch geprägt und unsere reiche Musiklandschaft. Wenn man gesagt, dass meine Dienstschäfte Achsen Duc, der gewinnt, meistens Preise mit seinem Orchester im Bereich Brassband, das hat natürlich auch eine Ausstrahlung, bringt eis Werbung für den Kanton. Aber der Druck ist da und es ist eine Verminderung feststellen. Wir müssen selber schauen, dass wir eis da irgendwie zurück auf eis Wurzeln und ihnen aufgeben. Araro bedankt sich für die Teilnahme am 10-Fragen-Interview und wünscht Ihnen einen erfolgreichen und fairen Wahlkampf. Auf Wiedersehen.